hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren video hier heute auf diesem kanal sofort und gleich jetzt ist noch eineinhalb minuten season 6 wir dürfen uns gleich von dieser season verabschieden von diesem battle pass ich zeige ihn noch einmal ganz kurz hier seht es auch season ends very soon nämlich eineinhalb minuten es ist sehr 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 bald ja ich kann auch mal ganz kurz hier den battle pass zeigen ich werde euch den direkten battle pass wenn die season 1000 streamen und ja wir machen das einfach und es wird so heftig seht ihr es überall ja sachen die gucken noch mal den todays item shop würde ich sagen die deutsche battle hound drin und ja dann haben wir hier noch mal die in silber fangen drinnen ventura venturion airfoil und triumph maverick prismatic junglen dragon axe boneless und nilat ja wir haben jetzt noch ein paar sekunden ich würde mal sagen wir gehen jetzt in ein playground match oder nehmen wir machen es nicht nicht dass wir rauszuschüssen werden wir bleiben jetzt hier in der lobby und es passiert jetzt gleich nichts wir werden nicht von den fordner server abgebildet wir können einfach nur keine spiele mehr starten das ist das richtig geile so jetzt können wir nämlich chillen hier nochmal die news leute season 7 tomorrow es ist heute ich werde abgemeldet nein noch nein okay wenn euch das video gefallen hat würde ich mich selber ein like und ein kommentar freuen bis dann haut rein und tschüss